Spiel 1 Hallo Joko, hallo Klaas. Für euch habe ich mir einen ganz besonderen Gegner überlegt. Dieser ist fast 2 Meter groß, hat nur 3 Buchstaben und wir alle sehen ihn quasi jeden Tag. Ich rede jetzt nicht von unseren Freunden Kai oder Jan, nein. Euer übermächtiger Gegner im nächsten Spiel ist eine ganz normale Tür. Türschlusspanik Ja, vielen Dank Linda und du hast es gerade schon so saldungsvoll angekündigt. Hier steht euer Gegner für dieses erste Spiel. Und kann mir einer von euch beiden sagen, wie man dieses Stück der Tür nennt? Das ist der Rückholer. Ja, fast. Das ist ein Obentürschließer. Und ein Obentürschließer ist dafür verantwortlich, dass er die Tür, wenn er sie aufgemacht hat, selbstständig schließt. Da gibt es unterschiedliche Zeiten. Bei uns dauert das ca. 23 Sekunden. Das ist eine wichtige Information zum Lösen dieser ersten Aufgabe und für den ersten Vorteil. Sieben Runden müsst ihr gleich spielen. Mal alleine, mal zu zweit. Und folgendermaßen lauten die Regeln. Ihr macht die Tür ganz weit auf, dann müsst ihr eine Aufgabe erledigen, bevor die Tür geschlossen ist. Und damit ihr eure zarten Klavierhände, die gerade bei der Maniküre waren, nicht verletzt, haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Und zwar sogenannte Langfinger. Hä? Genau, damit kannst du... Es gibt einen für links und einen für rechts. Ich erzähle eklige Geschichten. Ja, die werdet ihr wirklich brauchen. Und vor allen Dingen Spielbild 7... Diese Hautfarben in Handschuhen, da haben auch schon sowas... Ja, aber das hier, guck mal. Das ist alles so, wie so perversen Sachen. Wir haben sieben Runden vorbereitet, von denen ihr bitte sechs lösen müsst, beziehungsweise bewerkstelligen müsst, um euren ersten Vorteil zu erkämpfen. Ich erkläre euch immer, Runde pro Runde, was ihr da genau machen sollt. Aufgabe Nummero eins. Und ihr habt immer zwei Versuche pro Runde, also wenn es beim ersten Mal nicht klappt, könnt ihr auch gerne wechseln. Die erste Aufgabe löst einer von euch beiden bitte allein. Und zwar seht ihr diese beiden Müllsäcke auf der Stähle. Die müssen bitte da oben auf der Treppe in die rote Mülltonne reingeworfen werden. Und dann lauft ihr zurück und versucht zu verhindern, dass die Tür ins Schloss fällt. Verstanden? Wir müssen aber nicht durch. Die darf nur... Nee, nee, ihr müsst nicht durch, wenn ihr es schafft. Der Langfinger muss noch reinpassen. Also guck mal, ich zeig euch das einmal. Also das heißt, ihr macht die Tür auf. Ja. Und dann blockiert ihr sie oder haltet sie fest in irgendeiner Art und Weise. Und dann stratzt ihr los und dann schließt sich die Tür von selbst. Ja, ja, gecheckt. Wer von euch macht den ersten Versuch? Soll ich machen? Ja, okay. Gut, warten wir, bis die Tür ins Schloss fällt. Wieso? Ich kann mich doch jetzt aufmachen. Achso, ja, stimmt ja. Danke. Vielen Dank. Guten Morgen. Wunderbar. Also, erste Runde. Ich bin aber mittlerweile so konditioniert, ich hab gedacht so, ja, er hat recht. Er hat recht. Merk, du unterstützt mich. Also beide Säcke müssen in die Tonne und wieder zurück. Das wäre die beste Idee. Beide rein und zurück. Komm, 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 komm. Ja, easy. Easy. Super. Geschafft. Erste Runde. Geschafft. Super. Also sechs von sieben müsst ihr schaffen. Zweite Aufgabe lautet, dort vorne liegt eine Münchner Tageszeitung. Einer von euch beiden läuft los, muss eine bestimmte Information aus dieser Tageszeitung herausfiltern oder finden. Lesen. Und mir dann die Antwort, ja, lesen, nennt man das auch. Und dann mir die Antwort sagen und verhindern, dass sich die Tür schließt. Wie ist denn die Frage? Die Frage lautet, auf welchem Tabellenplatz steht der TSV Nördlingen in der Bayern Liga Süd? Nein, das kriegt jetzt so wie so eine ausgedachtte Frage, das ist wirklich die Frage. Der TSV Nördling in der Bayern Liga Süd. Okay. Der TSV Nördlingen, Bayern Liga Süd, Bayern Liga Süd, TSV Nördlingen steht auf dem 13. Platz. Euro tryinõ complementary sind in den USA, Bayern Liga Süd. Eieieieiei. Gut gemacht. Aber wir gucken uns das trotzdem nochmal kurz an, weil, guck mal, warte mal, dann laufst du vorbei und dann, oh, ja, das werten wir, also das hat geklappt, sehr gut gemacht, du wolltest es nochmal extra spannend machen. Nee, nee, ich hab, wenn du vorbeigeschleidet, mit dem Finger, achi glitscht mir nicht. Also 13er Platz, stimmt, oh, das freut mich sehr, gut. Runde Nummer 3, jetzt wird es ein bisschen metatürig, wir haben eine zweite Tür. Metatürig. Bevor ihr zurücklauft und euren Finger da reinsteckt, müsst ihr durch die zweite Tür durchgelaufen sein. Problem ist, die ist abgeschlossen und der Schlüssel liegt dahinter an einem Schlüsselbund. Ihr dürft natürlich auf dem Hinweg drum rumlaufen, sonst macht es ja keinen Sinn. Puh, wer von euch macht das zuerst? Ich mach das, ja. Ja, gut. Ja, achso, ja. Genau, also die Tür musst du selber aufmachen. Tür auf. Das ist Runde Nummer 3 von 7. Nein, das ist gut, ich finde es gut. Das ist völlig okay, genau durch. Jetzt wird es spannend. Und jetzt so. Oh, hey. Also Respekt, Respekt. Das geht nochmal außenrum. Das geht nochmal außenrum und von hier aus aussieht. Nein, aber super, ist ja egal. Das ist schlau, ja. Runde 3. Geschafft. Gibt es was, was man nicht schaffen kann? Es gibt auch was, was man nicht schaffen kann. Es war schon knapp, aber... Runde 4, die bauen wir jetzt nämlich auf und die spielt hier... Schwitzt du auch so in diesen Finger rein? Hey, und was war der Schwitzdinger? Die spielt hier zu zweit, pass auf, Klaas, einmal zur Seite. Vielen Dank fürs Aufbauen. Die kann man nachher wirklich richtig ausleeren, den Finger. Bitte einen Applaus für unsere Happy Hands heute Abend. Danke Jungs und Mädels. Eure Aufgabe lautet jetzt, und das müsst ihr jetzt zu zweit machen. Ihr müsst den Ball oder den Flummi hin und her spielen, das sogenannte Smashen. Ich zeig das ganz kurz mal, das heißt, ich ditch ihn einmal auf. Was smashen sollen wir jetzt mit dem Finger? Nein, also nochmal, du ditch ihn auf, ich fang ihn, du fängst ihn hin und her. Zwölfmal, also sechsmal muss jeder werfen und sechsmal muss jeder fangen, aber durch die geöffnete Tür. Ja. Das heißt, einer steht da und der andere steht auf dieser Seite. Ja, ist klar. Okay, gut. Also Joko, Smasher, Pass. Kannst du? Wir smashen jetzt. Genau, also ihr legt los, wenn Klaas die Tür loslässt. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elf. Ah, ne, ne, ne. Mein Reflex, mein Reflex, Entschuldigung. Alles gut, war nix. Guter Reflex. Wie viel müssen wir? Ich hab nicht zugehört. Zwölf. Zwölf. Okay. Das war so ein Reflex. Ich dachte, du hör die Tüge dazu, den können wir gleich weiter spielen. Das war so unauffällig, ich hab's fast nicht gesehen. Also wenn du sie loslässt, geht's los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Super. 14, 15, 16, 17. Super. Also auch diese Runde geschafft. Ich will die Finger ausziehen. Gut. Runde Nummer 5. 5. Und die ist persönlich für mich, die ist ganz nah an meinem Herzen, diese Runde. Dort hinten im Publikum hält jetzt gleich ein gewisser Ryan Gosling eine goldene Kamera. Sorry nochmal. Ja, ich wog da. Bei dir müssen wir uns erzählieren, Entschuldigung. Und Folgendes passiert. Einer von euch beiden läuft los. Ah, der ist er ja. Ja, hallo. Entwendet Ryan Gosling die goldene Kamera, läuft zu seinem Partner zurück, der hier hinter dieser Startlinie steht und der kriegt auf einmal Gewissensbisse, findet das ganz doof, läuft mit der goldenen Kamera wieder zurück zu Ryan Gosling, gibt sie ihm zurück und läuft dann zur Tür und versucht zu verhindern, dass sie sich schließt. Okay, machst du? Aber jetzt auf dem Rückweg musst du durch die Tür durch, ne? Und Klaas auch. Ja, und dann Klaas auf dem Hinweg auch. Sehr gut. Ich kann dir sonst nur mal erklären, wenn du nicht zugehört hast. Klaas, du musst hinter die Startlinie? Lauf, Forrest. Hallo, Ludwig. Komm, 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 komm. Sehr gut. Sehr schön. vielen dank an dieser stelle an ludwig ok danke ludwig so wir kommen zur runde 6 und wenn ihr die schafft habt ihr schon den ersten vorteil im sack und jetzt geht es um eine kiste voll mit blättern die person startet hier läuft hin so schnell sie kann und kommt zurück und stellt dann diese kiste auf die stelle und versucht zu verhindern dass sich die tue schließt allerdings dürfen auf dem weg von dort oben bis zur stelle keine blätter aus der box raus war kein wenn sie ja gar keine wenn sie rausfallen bitte aufsammeln und wieder in die kiste rein tun also wenn ihr das jetzt schafft habt ihr schon gewonnen ja cool gut für ja ich glaube es ist wirklich nicht so easy ist glaube ich auch nicht der trick ist sehr schnell dahin zu kommen kein blatt runterfallen ganz streng man muss glaube ich sogar beim bremsen aufpassen mit dem der hälfte bis sie schneller bis sie schneller bis sie schneller bis sie schneller runter gefallen schnell 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 schade aber da ist ja am ende noch ein blättchen runter gehe ich nicht wiesel das tut mir leid zweiter versuch ja musst du sagen ob ich jetzt mal ja ok schade also der trick ist ganz schnell hin so ich finde es aber gut wie du gezählt hast und los wie du dir selber das ist wie wenn man morgens keinen bock hat aufzustehen ich seh von fünf runter und bei eins stehe ich auf jetzt auf 4 3 2 1 5 minuten noch ich konnte ich aus oh nein ich habe gesagt sechs von sieben müsst ihr schaffen das war die sechste runde habt ihr nicht geschafft das heißt ihr könnt aber immer noch gewinnen wenn ihr die siebte aufgabe erledigt und die bauen wir jetzt auf und da geht es um folgendes ihr sollt bitte zwei schilder an die tür nageln und aufhängen auf der stehle liegen die beiden schilder ein hammer und nägel also an die tür an die tür also aber an den holzteil schon ja genau wer will zwei versuche du machst das jetzt der ist schon losgelaufen macht er jetzt schon losgelaufen ohne kommando an sich selber ja ich kann ihm nicht helfen ne kannst du das hast du nicht gesagt ich habe gesagt an den rahmen aber junge das ist der rahmen ja aber wir spielen seit sieben runden das spiel du darfst die tür doch nicht aufhalten ich habe ein schild daran genagelt ja aber so wie soll sich die tür denn dann schließen erklär mir das mal frag bitte deinen freund fragt dein freund und mein finger also also aber ich möchte trotzdem sagen dass ich das gut finde dass mittlerweile auch so um die ecke denkst so jetzt was wir einmal kurz verarschungspause jetzt machen wir einmal sehr guter trick sehr guter trick das liegen ist egal alter das ist unmöglich macht den finger dazwischen einfach den finger dazwischen war das der trick den finger dazwischen machen und dann immer hier ah logisch innen hast du mehr widerstand kannst besser platzieren und du schlägst die tür nicht zu genau und du schlägst die tür nicht zu außen schlägst die tür mal zu hier wäre gar nicht so schlecht gewesen aber weißt du was am ärgerlichsten ist diese ganze rennerei für den arsch